Kuchen. Kuchen bleibt immer gleich. Kuchen bleibt immer gleich. Kuchen bleibt immer gleich. Kuchen war ein Hinweis, wenn wir in den Spoiler-Part gehen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Genau, wir haben die natürlich schon durchgebinged, beziehungsweise du hast eh schon auch pressetechnisch das vorhersehen dürfen. Das heißt, wir haben das jetzt gesehen und sind einmal quasi komplett durch die Serie durch von vorn bis hinten. Und ja, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung auf das Ganze jetzt. Ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Kuchen. Kaffee ist neu. Blechbecher quasi, so eine Blechtasse im Fallout-Universum-Design. Das ist ziemlich nett. Und da habe ich mir jetzt so einen Vanillekaffee mal gemacht und probiere den. Und wie sich das für Slow Comes Joe gehört in Lorne, ist das glühend heiß und ich kann die Tasse kaum anfassen. Fallout-Nerds verstehen die Referenz. Ja, natürlich, haben wir alle verstanden. Damit ich dir Zeit verschaffe. Aber ich habe schon ganz kurz, dann können wir das Thema schon abschließen. Sehr lecker. Ist wirklich sehr lecker, dieser Kaffee. Sehr vanillig. Aber nicht so intensiv, weißt du. Es ist echt sehr geil. Cool. Sehr geil. Ab damit auf die Tasse. Ich habe nur einen grünen Tee bei mir stehen und tatsächlich eine Laugenecke mit Butter, weil ich das ab und zu gerne mal esse. Wenn ich nichts zum Mittag gegessen habe, dann habe ich gerne noch so ein Weiterführungsessen dazwischen. Ja, schmeckt auch sehr lecker. Würde ich auch in einer Volt essen. Was ist denn eine Laugenecke? Blätterteig. Du weißt nicht, was eine Laugenecke ist. Ich glaube, so was gibt es im Süden bei mir nicht. Blätterteig. Das ist quasi, also es gibt ja das Laugenbrötchen. Das nennt man auch Kastanie. Aber es gibt auch die Laugenecke. Das ist quasi ein Keil, ein Dreieck aus Blätterteig. Und das nennt man Laugenecke. Aha, aber ist das dann überhaupt das? Ich schicke dir ein Foto zu. Ist das überhaupt das Laugengebäck? Ja, definitiv. Ja, das schon. Das schon. Aber es ist blätterteigig als ein Laugenbrötchen beispielsweise. Wow, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gerade Vollscience-Fiction. Schick dir ein Foto zu. Genau, das ist das New Tech. Das gibt es nur in meiner Volt. Sehr cool. Na gut, bin ich gespannt. Ja, Fallout-Serie. Wie fangen wir an? Wie steigen wir an mit diesem komplexen Thema? Erstmal so grundsätzlich, wie hat sie dir denn gefallen? Ähm, ja. Ich muss da mit zwei Antworten drauf antworten. Bis zur vierten Folge, geil. Bis zur achten, dann wieder nicht. Also extrem durchwachsen, muss ich sagen. Aha. Mir hat die Serie nämlich eigentlich wirklich sehr gut gefallen bis zur sechsten Folge. Da kam ein Punkt, wo ich mir dachte, oh Gott, holy shit, was? Und dann wurde es aber wieder ein bisschen besser. Aber die sechste Folge, die war für mich ein bisschen problematisch. Vor allem auch lore-technisch. Die achte hat für mich alles gekillt. Also das war krass. Also vor allem, wenn so eine Serie auf einem Handlungsbogen auf riesen vielen Mysterien aufbaut und sich dann die Serie die Aufgabe vor die Nase setzt, alles in der letzten Folge so einigermaßen zu beantworten. Das kann vollkommen nach hinten losgehen und ist meiner Meinung nach auch passiert. Weiß ich nicht. Das sehe ich nicht so problematisch. Wir werden es noch sehen. Wir werden es noch sehen. Genau. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich vor allem im Spoiler-Part nochmal sehr gut. Wir haben ja in der Folge quasi vier Hauptfiguren, wenn man so will. Wir haben ja die Lucy, die Vault-Dwellerin quasi, die aus ihrer Vault 33 die Welt betritt. Wir haben den Maximus, den stählernen Bruderschaftskerl. Und wir haben den Ghoul, dessen Name mir nicht einfällt, der quasi so ein bisschen der hartgesottene Ödländer Cowboy ist. Und dann haben wir natürlich noch Dogmeat. Dogmeat kriegt ja auch seine eigene Story so ein bisschen. Und die Figuren haben alle so ein bisschen ihre eigenen Hintergründe und eigenen Geschichten. Aber ihre Geschichten sind natürlich miteinander verwoben. Was war denn deine Lieblingsfigur von diesen Vieren? Der Ghoul natürlich. Also das war ja der Schaustähler überhaupt. Wobei ich finde Maximus gerade, was so seine, was so den, ich finde den Charakter doch komplexer, als er auf dem ersten aussieht. Ich finde sowieso alle Charaktere komplexer, als sie oberflächlich aussehen. Aber dieser Ghoul, das ist halt so die Quentin Tarantino-Figur. Der hat immer einen geilen Spruch auf Lager. Es ist sogar fast manchmal ein bisschen anstrengend. Aber dieser Ghoul ist ein einziger Schaustähler. Super. Ja, der Ghoul ist fast ein bisschen zu viel manchmal, finde ich. Aber er ist natürlich schon sehr cool. Ich könnte mich da ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Ich finde tatsächlich auch alle Figuren ziemlich interessant. Und wie du schon sagst, auch ziemlich komplex. Die Entwicklung, die die durchmachen. Und so dieses ganze Thema, das sich so durch diese Serie zieht im Grunde. Was braucht es, damit ein guter Mensch zum Monster wird? Und gibt sowas wie ein Zurück davon? Das Thema zieht sich ja auch durch alle Geschichten so ein bisschen. Alle haben so ein bisschen ihre dunklen Seiten oder ihre Punkte, wo sie abstürzen könnten. Oder vielleicht auch abgestürzt sind. Und ja, das finde ich schon sehr schön. Also, da muss ich auch sagen, ich glaube, ich mag so spontan, würde ich sagen, Lucy am liebsten. Ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur. Ist auf jeden Fall. Ich bin immer so, eigentlich nicht so ein Freund davon, immer auf ProtagonistInnen abzufärben. Ich bin meistens Nebenfiguren irgendwie interessanter. Aber das ist auch für eine Hauptfigur wirklich ein sehr, sehr spannender Charakter. Zumal die halt als Vault-Bewohnerin so überhaupt nicht in diese postapokalyptische Welt passt. Ergo hat sie halt auch die längste HeldInnen-Reise, wenn du so willst. Und da sieht man halt auch die größte Wandlung. Allgemein muss ich sagen, für eine Fallout-Serie, für das Fallout-Gefühl ist diese Serie absolut fantastisch. Wie gesagt, das hängt bei mir ganz stark von den Folgen ab. Aber wie gesagt, bis zur vierten macht diese Serie eigentlich komplett alles richtig. Und was ich schön finde, es ist so übelst drüber. Auch die Brutalität ist so übelst drüber. Der Humor ist übelst drüber. Die haben sich nicht gescheut. Die hatten wirklich den Mut, Fallout auf die Leinwand zu bringen. Und deswegen, ja, finde ich richtig gut. Ja, das stimmt. Spätestens wenn die ersten Köpfe platzen, war mir klar, ja, das ist so ziemlich genau, was die ganze Zeit im Fallout passiert. Das ist eins zu eins abgebildet. Aber was das angeht, ist die Serie ja sowieso komplett crazy. Also was die akkurate Abbildung von diesem Universum, von diesem Stil angeht, ist das ja wirklich verrückt. Jede Kulisse, die irgendwo im Hintergrund gebaut wurde, jedes Utensil, das irgendwo in den Regalen steht, jedes Kleidungsstück, alles ist wirklich im Grunde eins zu eins aus Fallout 4. Ja, die haben wirklich die 3D-Modelle wirklich komplett eins zu eins in die echte Welt gebracht. Und man kann halt echt fast in jeder Szene auf Pause drücken und gucken, was da alles so im Hintergrund rumsteht. Und da ist wieder ein Robco-Container und da stehen ein paar Nucca-Cola-Flaschen. Und so diese ganzen Müllgegenstände, die man in Fallout 4 sammeln kann, damit man sie zu Rohstoffen macht, all das steht in dieser Welt rum. Finde ich auch sehr schön, dass die da recht mit CGI gespart haben und da sehr viel auf wirklich Requisiten und plastische Special Effects gesetzt haben. Weil ja, die Szenen, in denen CGI dann benutzt wird, es gibt so ein paar Power-Rüstungsszenen, die sehen auch echt nicht sehr gut aus. Auch deswegen war es eine gute Idee, dass die da sehr viel auf echte Requisiten setzen. Es ist auch von den Figuren, wie die aufeinandertreffen, wie die Handlung so echt so ein bisschen sehr unberechenbar wird, weil die halt immer wieder in irgendwelche Überraschungen, Situationen stolpern, die Gespräche. Es funktioniert super fantastisch. Wie gesagt, ich mach da immer den Unterschied der ersten und der zweiten Hälfte. Das ist so gut, wie ich es gehofft habe für die erste Hälfte. Ich bin sehr angetan. Und das ist eigentlich der Grund, weil es so supergeil angefangen hat, bin ich dann über diese letzten vier Episoden so ein bisschen schockiert, was da passiert ist. Also warum plötzlich das super gewechselt ist. Also wenn man mich übelst begeistert, hat man auch die Fähigkeit, mich übelst zu enttäuschen. Und beides rechne ich dieser Serie hoch an. Ich bin gespannt, was da für dich so der große Knackpunkt war. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen eigentlich. Aber ja, genau. Gucken wir mal. Da bin ich echt gespannt. Ja, genau. Und interessant für mich natürlich ist auch die Position dieser Serie innerhalb der Fallout-Lore, der Fallout-Geschichte. Weil tatsächlich diese Serie ja zum offiziellen Kanon gehört. Die haben da kein Paralleluniversum aufgemacht, wie ich ehrlich gesagt ursprünglich dachte, wie es ja üblich ist für so Verfilmungen oder sowas, dass das Neuinterpretationen sind. Aber nee, das gehört tatsächlich zum offiziellen Fallout-Kanon und spielt später als jeder andere Fallout-Teil. Also ist auch so das letzte und neueste Kapitel aktuell in der Fallout-Timeline. Und das ist natürlich ziemlich spannend, weil hier werden sehr viele Geschichten, die in den Videospielen offen geblieben sind, weitererzählt. Und das ist natürlich auch für die Fallout-Fan-Community ein ganz schön großer Schuh, den man sich da anzieht. Oder wie auch immer das Sprichwort geht. Auf jeden Fall eine ganz schön große Aufgabe, weil hier natürlich sehr viel Fandom einfach auch drin ist und sehr viel Nostalgie und sehr viel Emotion. Gerade für so Oldschool-Fans der ersten beiden Teile ist da, ja, ist es krass, was da so passiert. Ich finde, das hat es faszinierenderweise geschafft, eine gute Serie sowohl für die Fans zu sein als auch für Nicht-Fans. Weil das, was man nicht versteht, muss man auch nicht mitnehmen. Jetzt im Vergleich, sagen wir mal, zum Super-Mario-Film, wo man diesen Film, glaube ich, dann am besten versteht, wenn man die ganzen Anspielungen versteht. Weil dieser Film quasi nur aus Anspielungen besteht und abseits dessen ziemlich blass bleibt. Und da, finde ich, macht Fallout eine echt gute Figur. Was ich noch nicht verstehe, es hieß im Ursprung, hieß es, Jonathan Nolan möchte eine eigene Geschichte erzählen. Und das fühlte sich für mich auch bis zur vierten Folge so an, als ob das wirklich auch eine unabhängige Geschichte ist, die den Kanon jetzt nicht verletzt, aber auch relativ parallel dazu passiert. Bis sie dann halt wirklich in diesen letzten vier Folgen dann wieder zum Kanon zurück marschiert. Finde ich merkwürdig kommuniziert. Kann auch sein, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber ja, besser spielt alles danach, als irgendwo dazwischen zu spielen. Weil gerade Prequel, Sequel ist halt super schwierig. Ja, deswegen wundert es mich ja so sehr. Normalerweise ist ja eben die Herangehensweise, und das macht ja auch Sinn, dass man sagt, ja, das ist jetzt einfach eine Neuinterpretation, ein Paralleluniversum, whatever. Wen interessiert es, ist meistens so ein bisschen die gefühlte Herangehensweise. Wen interessiert es, wir machen jetzt einfach, wir verwursten jetzt die Lizenz. Und das ist zum Glück in der Serie eben nicht passiert. Und man merkt sehr stark eben in jedem Detail, sowohl von der Story her, als auch von der Welt und den Requisiten, dass da wirklich Leute am Werk waren, die wirklich eine Einsicht ins Universum hatten. Und das ist schon sehr cool. Das ist viel wert für so eine Videospieladaption. Videospieladaptionen, das ist ja eh so ein schwieriges Thema immer. Ich glaube, da geht man von Haus aus wahrscheinlich nicht mit den größten Erwartungen ran. Und da ist es schön, mal zur Abwechslung mal wieder eine gute zu sehen. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, das ist mittlerweile so ein altes Klischee geworden, weil wir mittlerweile ja auch den Fall kennen, dass es sehr wohl gute Lizenzverfilmungen gibt. Deswegen, wenn ich irgendwie in Kommentarbereichen lese, also wenn ich dann was an der Serie kritisiere, jetzt sei doch froh, dass sie wenigstens so gut geworden ist, hätte ja viel schlimmer werden können. Wie gesagt, wir sind aus dem Zeitalter raus, jetzt wenn wir uns Witcher ansehen oder halt andere Verfilmungen. Deswegen, das ist für mich keine Entschuldigung mehr. Und das Coole ist, es ist eine Serie von Fans für Fans. Deswegen Halo, die Halo-Serie wiederum, die ist dann eher aus dem alten Zeitalter. Und die könnte auch meiner Meinung nach vierfach abkriegen dafür, dass sie sich im Zeitalter verirrt hat. Denn das Zeitalter der schlechten Lizenzverfilmungen ist meiner Meinung nach vorbei. Ja, das weiß ich nicht. Das würde ich leider nicht so sehen. Weil wenn man sich dann auch Resident Evil anguckt und so weiter, es gibt noch sehr, sehr viele sehr schlechte und sehr billige Lizenzverwurstungen. Das sind Dinos, das sind Dinos. Aber ich finde, einer guten Videospielverfilmung muss man nicht mehr nachsagen. Ja, Gott sei Dank ist es eine gute, weil wir haben auch mittlerweile auch viele, viele gute. Klar kann es immer weiterhin schlechte geben, aber ich finde, das Pendel ist auf jeden Fall jetzt gesprungen. Also Videospielverfilmungen müssen sich nicht mehr verstecken. Oder Videospielverfilmungen müssen jetzt nicht mehr eine eigene Kategorie sein. Die sind auch gleichwertige Filme, finde ich. Siehe Last of Us beispielsweise. Eben, mittlerweile gibt es gute, das stimmt. Das gab es früher eigentlich gar nicht. Das ist neu, das stimmt. Genau, das war eine ganz andere Situation. Aber es gibt immer noch genug schlechte. Auch in sich, dass die letzten fünf Jahre zum Glück tatsächlich gewandelt hat ein bisschen, ja. Ich glaube, man hat da wirklich einfach ein bisschen verstanden, wie Videospieladaptionen funktionieren können. Ich glaube, das ist einfach eine andere Herangehensweise jetzt auch. Und dass Uwe Boll nicht mehr irgendwie jede zweite Lizenz verramscht, ist auch eine ziemlich gute Entwicklung. Das war so die Steinzeit der Videospielverfilmungen. Wobei ich euch wirklich Far Cry ans Herz legen kann. Wenn ihr einfach diesen Film als einen Sharknado seht, dann funktioniert der Film. Aber seht ihn bitte nicht als eine Far Cry-Verfilmung. Das war, glaube ich, sogar noch vor Ubisoft-Zeiten, oder? Diese Verfilmung. Das war ... Eieiei. Ja, ja, das ist superschlimm. Vor allem, wenn Till Schweiger drin vorkommt. Das ist superschlimm. Und schaut euch mal an, wie Uwe Boll seine eigenen Filme rechtfertigt. Das ist schon echt, äh, also, ah, nee, kapitalistischer Albtraum. Sind Uwe Boll-Rechtfertigungen nicht eigentlich immer nur, dass er 20 Minuten lang drüber schimpft, wie dumm alle anderen sind? Ja, und vor allem, dass er die Sachen fürs Geld macht. Ach so, ja, klar. Ja, das hören wahrscheinlich ProduzentInnen total gerne, aber die ZuschauerInnen hören das nicht. Das ist so ein Unikat für sich. Oh Gott. Ja, schon ein interessanter Charakter auch. Na ja. Ja, gut. Uwe Boll blieb der Vollertserie zum Glück erspart. Das wäre interessant gewesen, eine Vollertserie von Uwe Boll. Ich hätte sie mir ja schon angeguckt, aber Gott sei Dank. Ich hätte sie mir nur einmal angeguckt und vielleicht auch 480p, damit ich nicht zu viel erkenne. Und ja. Ja, Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben. Aber hey, Jonathan Nolan, Drehbuchregie auch bei Westworld definitiv. Also, das ist aber sogar schon fast artverwandt. Deswegen hat man dafür die richtige Person genommen. Und ich fand's auch sehr cool, weil wir ihn beide ja ... Also, du hast ihn ja auch bei dem Event gesehen. Ich hab ihn beim Event gesehen. Und man merkt auch, dass der die Fallout-Spiele liebt. Und dass er vor allem Fallout 3 gelobt hat, was mich mega gefreut hat. Also, ich find auch viel Fallout 3 vom Charme in der Serie wieder. Das liegt auf jeden Fall in guten Händen. Das beantwortet mir nach wie vor nicht die Frage, was in dieser zweiten Hälfte passiert ist. Ja, ich hab so ein bisschen das Gefühl, die Serie ist optisch Fallout 4 und inhaltlich so eine Mischung aus Fallout 3 und Fallout New Vegas. Und dann gibt's eben noch so diese paar ... Na, so ein Hauch stimmt nicht. Es sind eher so ein paar Klopse, so ein paar Klumpen Fallout 1 und 2, die dann noch mit reingeworfen werden. Aber ja, genau. Wir tänzeln die Gesamtheit um den Spoiler-Bereich rum. Oder wollen wir uns noch im Vorspoiler-Bereich aufhalten? Wie siehst du das? Nee, nee. Ich glaub, wir müssen schön langsam in den Spoiler-Part gehen, damit wir weiterreden können. Weil wir die ganze Zeit ... Also, weil wir jetzt in den Dialogoptionen sehr, sehr eingeschränkt sind mittlerweile. Eben, eben. Ja, dann erleicht ... Dann gib uns, tu uns den Gefallen und öffne die Volt-Türe zum Spoiler-Bereich. Okay. Also, zusammenfassend kann man, glaub ich, noch mal sagen, die Serie ist definitiv gut. Gerade auch für Fallout-Fans. Aber auch nicht Fallout-Fans. Das ist wirklich eine Empfehlung. Das können wir, glaub ich, beide schon so sagen. Auch wenn Michael dann ab der zweiten Hälfte ... Erste Hälfte, ja, zweite Hälfte, nein. ... seine Zweifel hat. Die hab ich ehrlich gesagt nicht. Meine Zweifel sind tatsächlich Lore-Natur. Aber das hat mich schwer getroffen, was da in der sechsten Folge passiert. Aber ich hab mich davon erholt. Und wie die Serie damit umgeht, ist dann auch noch mal okay irgendwie. Das ist so ein bisschen so ein ... Weißt du, das hat sich im ersten Moment angefühlt wie ein Mittelfinger, über das wir gleich reden werden. Und danach kommt die Entschuldigung. Deswegen war's dann schon in Ordnung. Aber ja, okay. Ja, gut, in meinem Fall hab ich den Mittelfinger in der letzten Folge bekommen. Und dann hab ich noch eine Szene nach dem Abspann bekommen und dachte mir, nee, Leute, das ist jetzt keine Versöhnung. Das könnt ihr vergessen. Na gut. Ja, dann gehen wir jetzt hiermit offiziell in den Spoiler-Part. Also ihr seid gewarnt, ab jetzt wird die komplette Serie vom vorn bis hinten durchgespoilt. Wir werden alle relevanten Plot-Twists und Inhalte besprechen. Und wenn ihr's noch nicht gesehen habt und das noch ungespoilt sehen wollt, dann macht das, bevor ihr diesen Part hört. Ab jetzt. So. Spoiler frei. Was, was, also. Wo fangen wir an? Was hat dich denn jetzt eigentlich gestört? Also kurz mal zur Zusammenfassung, für alle, die die Serie jetzt vielleicht gar nicht sehen wollen, aber die es interessiert. Im Endeffekt geht's darum, wie in Fallout 3, dass der Vater unserer Hauptfigur Lucy entführt wird von einer Raider-Bande. Sie weiß nicht warum, aber es ist irgendwie ein bisschen ominös. Es gibt irgendeinen Grund, weil warum bringen die den nicht um? Die nehmen den mit. Deswegen macht sie sich illegalerweise auf, um den zu suchen, gegen die Empfehlung ihrer Vault-Mit-Insassen und Insassin. Und durchstreift dann das Ödland. Da trifft sie dann eben auch den stählernen Bruderschaftskerl, der selber eine relativ ambivalente Person ist, die durchaus zu allen Mitteln greift, um irgendwie Respekt und Achtung zu bekommen, die zwar ein erwachsener Mann ist, aber tatsächlich eigentlich ein kleines Kind im Körper eines erwachsenen Mannes. Die stählernen Bruderschaft, die ihn als Kind aufgenommen hat, hatte Interesse daran, den Soldaten aus dem zu machen, einen Squire, quasi einen Diener für einen Ritter und nicht unbedingt einen komplexen Menschen. Und dann haben wir den Ghoul, der halt einfach super abgebrüht und super cool ist. Alle suchen dann letztendlich nach einem ehemaligen Enklave-Wissenschaftler, der irgendetwas in seinem eigenen Schädel implantiert hat. Alle werden quasi von verschiedenen Fraktionen beauftragt. Und alle haben das gleiche Ziel mehr oder weniger. Und so überschneiden sich da die Wege. Und dann ist im Hintergrund natürlich noch das große Mysterium, der Vault 33, aus der Lucy kommt. Was hat das mit dieser Vault auf sich? Warum sind in Vault 32 scheinbar schon alle tot gewesen, bevor die Raider überhaupt in die Vault gekommen sind? Und so weiter und so fort. Und das ist so das Setting. Und was ist jetzt, Michael, in der vierten Folge passiert, das dich so erschüttert hat? Genau. Wir bauen das einfach mal auf, weil ich finde es interessant, wie das plottechnisch funktioniert und warum das am Ende dann einstürzt. Ich finde, das hat so eine Handlung ähnlich wie Red Race, falls du das kennst, der Film mit Mr. Bean. Da geht es halt um Leute, die für reiche Menschen eine Art Wettbewerb lösen müssen. Die müssen zu einem Schließfach fahren und da halt Geld. Und da hast du ganz, ganz viele Charaktere, die sich alle gegenseitig hindern. Und ich finde, das ist eigentlich ein super interessantes Konzept, dass es auch einen Fallout gibt, weil du kannst wirklich bei diesen ... Alle drei Figuren sind quasi auch SpielerInnen, also mit verschiedenen Durchläufen könnte man das so sehen. Und alle drei stolpern immer irgendwie ineinander. Deswegen finde ich das schön, dass diese Serie unglaublich unberechenbar ist. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Und ich finde so von der Handlung her, gerade die ersten beiden Folgen, die wir auf dem Event sehen konnten, die funktionieren als einen Film eigentlich perfekt. Wir haben eine Exposition von allen Charakteren. Wir haben ein sehr, sehr verstörendes Ende, nämlich dass eigentlich dieser Wissenschaftler jetzt obsolet wird, weil wir eigentlich nur seinen Kopf brauchen. Ich finde die gesamte Philly-Passage, finde ich, großartig. Und das mündet halt dann ... Mit Folge drei und vier mündet das quasi in so eine ... So einen ersten Endgegner oder ein erstes Zwischenfinale, in der Lucy halt so aus sich herauswachsen muss und halt wissen muss, wie man mit den Regeln spielt. Und auch das kann man abgeschlossen als eine Einheit sehen. Das große Problem dieser Serie ist, es gibt eine Hauptquest und diverse Nebenquests. Und ich hab gerade so in der zweiten Hälfte versteh ich nicht ganz manchmal, was der Sinn von manchen Nebenquests ist, außer dass die Szenen lustig sind. Aber eigentlich tun sie überhaupt nichts zur Sache und haben auch keinen Einfluss auf die Figuren. Ich sag nur, entweder es ist jetzt Vault 4 oder Vault 44. Ich glaub, es ist eher Vault 4. Der gesamte Vault 4-Abschnitt, wo Lucy und Maximus in diese Vault rein sind und nachher wieder rauskommen, dieser ganze Abschnitt hat keinerlei Impact oder keinerlei Nutzen, hat keinerlei Wandlung auf diese Charaktere. Außer dass Maximus, glaub ich, checkt, dass Vaults ganz geil sind. Aber das denk ich mir immer so ... Ja ... Ihr braucht sehr viel Zeit, um die großen, wichtigen Fragen zu beantworten. Und damit ist der Druck unglaublich hoch, in der letzten Folge acht Fragen auf einmal zu beantworten und das dann noch nicht mal zufriedenstellend. Ich werf nur ein, Vault 4 hat keine Ahnung, was es jetzt genau sein möchte. Ist es jetzt eine Vault voller Mutanten? Ist es eine Vault mit irgendwelchen Experimenten? Dann ist es gleichzeitig noch eine Vault, wo ein Hexenkult oder wo eine Person angebetet wird. Es ist alles total drüber und zu gerusht. Aha, okay. Ein Punkt, ein Punkt, nur einer. Habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ganz im Gegenteil. Ich fand Vault 4 aus vielen Gründen total wichtig und total super. Zum einen, mal ganz oberflächlich, ist es eine Fallout-Serie. Und ich find's sehr schön, dass hier auch mehrere verschiedene Vaults in den Fokus gerückt werden, die auch einfach erkundet werden mit ihren Experimenten und so weiter. Widerspreche ich nicht. Immer ein Highlight der Fallout-Spiele. Und schön, dass das auch so ein bisschen in der Serie repräsentiert wird. Aber das mal nur so an der Fan-Oberfläche quasi. Ja, nur dem widerspreche ich nicht. Was ich hier aber wirklich ganz interessant finde, ist, dass eben, und das ist eben, jetzt kommen wir zu meinem großen What-the-Fuck-Moment, nämlich als in der sechsten Folge revealed wird, eher so nebenbei, dass Sadie Shands in einer riesigen Atombomben-Explosion weggebombt wurde. Und es ist nur noch ein großer Krater übrig. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, Sadie Shands ist in Fallout 1 und 2 ein super zentraler und wichtiger Ort. Das ist der erste Ort, den man im Spiel trifft. Das ist die Wiege der neuen Zivilisation im Ödland. Die NCR, die RNK im Deutschen, geht quasi aus Sadie Shands hervor. Und die bringen tatsächlich eben eine neue Zivilisation ins Ödland. Das ist so ein bisschen die Hoffnung im Ödland. So diese Fraktion, die sich langsam ausbreitet und so eine relativ, relativ coole Welt zurückbringen. Natürlich nicht perfekt wie nix im Fallout-Universum, aber da gibt es Wohlstand, da gibt es Sicherheit, da gibt es Bildung, da gibt es Schulen, Bibliotheken und so weiter und so fort, Demokratie und so weiter. Die alten Werte werden da wieder hochgehalten. Und offscreen, also ohne, dass das wirklich erst mal erzählt wird, wird plötzlich gesagt, ach so genau, das ist irgendwie kaputt und die RNK gibt es jetzt auch nicht mehr. Die ist quasi zerbrochen, die Fraktion, als ihre Hauptstadt in die Luft gesprengt wurde. Und dass das so nebenbei gedroppt wird, das ist so ein massiver, so ein massiver Drop gewesen und so ein massiver Einschnitt in die Fallout-Welt. Und das ist so krass, dass das einfach so plötzlich revealed wird, dass ich in dem Moment echt dachte, holy fuck, das können die doch jetzt echt nicht machen. Das hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt, als würde Bethesda jetzt endlich diese Black Isle-Altlast loswerden, auf die sie eigentlich eh nie Bock gehabt hätten. Weißt du, so ein bisschen hat das gewirkt. Autsch. Wie so ein Mittelfinger in Richtung Fans. Und dann in dieser Vault 4 ist eben so ein bisschen die Aufarbeitung davon. So plötzlich wie es kommt, so schön wird es dann hinten raus schon nochmal aufgearbeitet. Weil eben sehr viele Menschen, die ursprünglich in Shady Sands gelebt haben, aus der NCA in diese Vault integriert wurden. Und weil da quasi auch unterrichtet wurde über Shady Sands und über die RNK und dass das alles nicht vergessen wird. Und dann hängt ja da auch die RNK-Flagge, diese neu-kalifornische Flagge mit dem Bären mit den zwei Köpfen. So die leichte Abwandlung der original-kalifornischen Flagge. Und dann kommt auch dieses Fallout 4-Theme, so ganz bombastisch, als sie die Fahne hebt. Und dann merkt man so, ja okay, es ist nicht dieser Mittelfinger. Da ist schon eine Würdigung dieser Fraktion und dieser Welt und dieser schwerwiegenden Geschichte für die Welt in der Serie. Und das alles spielt sich hauptsächlich in dieser Vault 4 ab. Und das fand ich sehr wichtig, dass das dann nochmal aufgearbeitet wird. Und daraus entsteht ja auch dieser Xemi-Kult, die quasi so die Wiederauferstehung der RNK durch diese Frau, durch diese Flamme. Dass das so super religiös und kultistisch ist, fand ich auch weird. Aber es ist auch die Fallout-Welt, es hat alles in den eigenen Kult. Boah, damit kannst du viel zu viel zu leicht beantworten. Ich find, ich hätt's ja cool gefunden, also das find ich halt ein bisschen komisch, jede Vault hat ein spezifisches Thema. Und die hat irgendwie kein wirklich spezifisches Thema, die hat mehrere Themen gleichzeitig. Und dieses aneinandergedroppe, das hab ich irgendwie nicht verstanden. Vor allem, es nimmt sich keine Zeit, das zu erklären. Diese Szene ist da. Und dann ist ja auch wieder, also ist diese Vault jetzt gefährlich oder nicht? Und damit spielt man mit der Erwartung, das versteh ich auch alles. Nur dann denk ich mir, wenn ihr nur noch vier Folgen habt, dann konzentriert euch doch auf irgendwas Wichtiges, beispielsweise den Kult, und lasst das mit den Experimenten weg. Zumal das im Nachhinein komplett hinfällig ist. Und da wird's für mich schon zu überladen. In der Kürze liegt die Würze, das haben sie in den ersten vier Folgen gezeigt. Und jetzt fangen sie an, in den letzten Folgen irgendwie alles noch mit reinzuschmeißen. Ich fand auch die Szene mit dem gesamten Wassermonster, ja, ganz nett. Auch das zieht sich so ein bisschen. Also, wenn du mal so die Hauptkernpunkte durchgehst, gibt's manche Folgen, die so ein bisschen Fillermäßig herkommen, beziehungsweise nicht so krass performen wie andere Folgen. Und ja, Shady Sands war ziemlich nebensächlich. Irgendwann plötzlich kaputt. Auch hier hätten sie das offen gelassen. Also, alles, was sie offen lassen, funktioniert irgendwie viel besser als das, was sie beantworten. Ich hatte nicht erwartet, eine Antwort auf Shady Sands zu finden. Und die, die ich dann bekommen habe, war, ui, 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 oh Gott, okay. Nee, das war schon okay. Das fand ich wichtig, dass die das noch beantworten. Ja, wir kommen gleich zu Folge 8, wir kommen gleich zu Folge 8. Ja, ja, genau. Aber zu Volt 4 nochmal fand ich das schon auch schön mit den Experimenten, weil eben diese Bedrohung aufgebaut wird. Und dann kommt ja eben Lucy in diese Situation, dass sie den verbotenen zwölften Stock durchsucht und stößt da auf irgendwie im Kryoschlaf sich befindende, durch schwangernde Frauen und sieht Videos, wie die Frauen irgendwelche Hybrid-Monster gebären, die sie direkt nach der Geburt dann auffressen. Und das ist alles super düster. Und dann kommt dieser Wissenschaftler und sie attackiert den und attackiert die Security. Das ist ein Riesenkampf. Und dann kommt eben der Reveal, dass diese Experimente in der Volt durchgeführt wurden und dass die Volt eben wirklich so super krass und menschenfeindlich und widerlich war. Aber die Leute, die jetzt drin wohnen, sind die Ergebnisse dieser Experimente, die irgendwann eine Revolte gestartet haben und die Volt quasi befreit haben. Und jetzt leben die in einer sehr friedlichen Community gemeinsam. Und diese ganzen Vorbehalte, die man am Anfang hat, weil die komische Mutationen haben und weird aussehen, das fand ich eigentlich sehr schön, diese Auflösung. Das dunkle Erbe dieser Volt ist, dessen sind die sich sehr bewusst. Und die kümmern sich quasi um diese im Kryoschlaf befindenden Frauen, damit die ein angenehmes Leben haben, weil die wollen die nicht umbringen, aber die können auch nicht die Monster gebären. Das ist eigentlich alles dann eine befriedigende Auflösung für mich gewesen. Das fand ich eigentlich total gut. Dann sind sie ein Kult, die sich mit Asche einreiben und Blut trinken. Auch die Frage, wessen Blut? Ja, das weiß ich auch nicht. Nein, aber das ist mir viel zu weird in dem Moment. Es sind viel zu viele Elemente gleichzeitig. Die Auflösung fand ich recht interessant. Auch hier die Frage, warum musste das jetzt so geheimnisvoll gemacht werden? Warum musste das in der ersten Hälfte so, als ob die totale Menschenfeinde sind? Und gleichzeitig wollen die dann beschützen. Auch das ist alles ... Ich verstehe, dass das auf dem Papier so funktionieren soll. Emotional kommt es bei mir überhaupt nicht so rüber. Finde ich nicht das Schlimmste an der Serie. Ich fand das mit der Volt ... Ich fand auch vor allem Maximus, das war, glaube ich, dasjenige ... Ich finde, der Weg ist das Ziel, finde ich, ist vor allem bei der Serie entscheidend. Und ich glaube, für Maximus war das wirklich wichtig, weil er gemerkt hat, dass es halt in der Volt zu leben ganz geil ist. Und die Szenen sind auch übelst lustig. Außer, dass jetzt Lucy aus dieser Volt keine Erkenntnis mitgenommen hat. Alles, was wir darin erlebt haben, ist danach komplett unwichtig für sie. Ich glaube, für Lucy war es durchaus nicht unwichtig, weil sie erfahren hat, sie kam ja aus dieser Volt 33 und war sich nicht dessen bewusst, dass auch dort Experimente stattgefunden haben. So wie in fast jeder Volt. Und sie wurde dann in der Volt damit konfrontiert, was denn jetzt bei ihr das Experiment war. Und als sie dann so sagt, bei uns gab es kein Experiment, dann gucken alle so ein bisschen so, naja, okay, naja, dann. Und auch diese Erkenntnis von diesem geheimen Labor, das ist für sie, das wird tatsächlich von der Serie, glaube ich, zumindest jetzt in der ersten Staffel nicht mehr großartig aufgearbeitet. Aber das war für sie, glaube ich, so der Erkenntnismoment von wegen, okay, vielleicht sind doch nicht alle Volt immer komplett rosig und sonnenschein und happy life. Was ja dann am Schluss noch mal verstärkt wird natürlich. Aber ich glaube, naja, das ist so diese konträre Entwicklung. Maximus erfährt quasi, hey, es gibt auch ein Leben außerhalb der Bruderschaft und das kann schöner sein. Das muss nicht so militärisch und schrecklich und gewalttätig sein. Und auf der anderen Seite haben wir Lucy, die sagt, hey, vielleicht ist das Leben in der Volt auch nicht alles immer nur supergut und das Ödland da draußen ist vielleicht doch gar nicht so schrecklich, wie ich dachte im Vergleich dazu. Ja, wie gesagt, nur es wechselt für mich zu schnell immer zwischen Haupt- und Nebenquest, zumal in dieser Folge dieser Kopf komplett egal ist. Der wird ja erst mal für ein paar Folgen komplett ausgeblendet und letztendlich haben die keinerlei Hindernis, diesen Kopf wiederzubekommen, weil die den ja einfach auf den Präsentierteller kriegen. Ich weiß nicht, ob man jegliche Willkürlichkeiten dieser Serie immer mit Fallout erklären kann. Die Atmo ist perfekt. Die Atmo kriegen sie auch bis zum Ende hin. Ich finde nur irgendwie immer so, was ist jetzt der Spannungsbogen? Was ist die Handlung? Und sind da überhaupt Hindernisse? Ich fand, du hattest von Folge 1 bis 4 hattest du definitiv so auch eine Eskalation, vor allem mit dem Ghoul. Während der Ghoul in der zweiten Hälfte komplett unwichtig geworden ist, weil da nur seine Rückblicke wichtig sind. Und da hatte ich wiederum das Gefühl, das ist so ein bisschen wie mit den Naboo-Szenen in Star Wars Episode 1. Du hast diese Ratssitzungen drin, aber letztendlich haben die keinerlei großen Impact irgendwie. Also alles, was so angedeutet ist, wissen wir bereits, aber es gibt immer noch mehr Rückblicke. Und ja, die Welt ist vorbei. Auch das, das macht das Ganze so übelst zäh. Ich konnte über, die Rückblicke vom Ghoul konnte ich überhaupt nicht, konnte ich überhaupt nicht weiben, nicht fühlen. Hm, okay. Keine Ahnung. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Die sind mir weder besonders positiv noch negativ in Erinnerung. Genau, sie waren drin. Sie waren halt drin. Aber dann frage ich mich halt, also dafür, dass das so pontiert oft ist, frage ich mich in der zweiten Hälfte immer, warum sind jetzt diese Szenen, warum sind die jetzt drin? Ich glaube halt, das hat zum einen den Zweck, weil sie eben diesen Kontrast zwischen dem Vorkriegs- und dem Nachkriegs-Ghoul, also vor dem Krieg war ja noch Schauspieler und kein Ghoul, also ob Ghoul eine Berufsbezeichnung wäre, aber gut, okay. Ein Ghoul-Kopfgeldjäger. Genau, vor dem Krieg war ja noch Mensch und jetzt ist er Ghoul, aber es ist ja wurscht. Ich glaube, das soll diesen Kontrast zeigen zwischen dem guten Mann und dem guten Amerikaner, weißt du, der echte Patriot, der war im Krieg und er steht für Demokratie ein und so weiter und so fort und dann hat man im Nachkrieg quasi ein moralisch sehr verkommenes Wesen, das irgendwie unschuldige Menschen einfach so an Organhändler verkauft, weil warum denn eigentlich nicht und Menschen ist oder andere Ghoul und ja, alles macht, was notwendig ist zum Überleben und ich würde sagen, auch ein bisschen drüber hinaus, auch wenn es nicht ums Überleben geht, sondern einfach um den eigenen Vorteil. Der ist gut gezeichnet. Nee, der ist als Böser, also dafür, dass es zu den Bösen kommen wir gleich noch, aber ich fand es echt erfrischend, bevor Böse revealed werden, dass es in dieser Serie super schwierig ist, zu sagen, wer ja eigentlich Böse ist. Irgendwie alle außer Luthi und alle irgendwie auch nicht. Bei den Rückblicks-Szenen frage ich mich immer, okay, wenn das folgende Funktionen hatte, dann würde ich sagen, es waren viel zu viele, weil die alle die gleiche, den gleichen Impact haben und es ist halt irgendwie total weird, dass sich die Serie so viel Mühe gibt, komplexe Figuren zu zeichnen, bevor sie dann ihre Bösen revealed, die dann alles andere als komplex sind. Ja. Ja, ich glaube, und den anderen Nutzen, den diese Rückblicke natürlich hatten, ist, um die Vault-Tag-Story voranzutreiben, weil das ist ja ein wichtiger Punkt in der Story. Die Story hat, also die Serie hat sich echt interessanterweise ganz viele Lücken aus der Fallout-Lore genommen, um die zu stopfen. Das finde ich irgendwie total interessant. Und eine große Lücke in der Fallout-Lore ist natürlich Vault-Tag, weil wir wissen, dass Vault-Tag vor dem Krieg mit der Regierung gemeinsam die Vaults gebaut hat. Wir wissen, dass da Experimente geplant waren. Wir wissen, dass es super viel Kooperationen mit anderen Firmen gab. Und das war's. Und wir haben keine Ahnung. Es gibt immer so die, es wird immer so impliziert, dass es sowas wie eine Control Vault geben müsste, aber dass die wohl schon lange Tod ist oder sowas. Und wahrscheinlich existiert einfach Vault-Tag nicht mehr. Und die Experimente sind alle komplett nutzlos, sind nix verlaufen und alles wurde zum Selbstzweck und kein Interessiertes mehr. Und die Serie versucht jetzt quasi zu sagen, ja, passt mal auf, das mit Vault-Tag war so und so und die sind noch da und da und die haben noch den großen Plan. Aber alle Fallout-Teile spielen quasi in der Ruhephase. Vault-Tag ist noch nicht so weit. Die kommen erst noch so ungefähr. Und das fand ich schon eigentlich ganz cool. Ja, wobei Vault-Tag, ja ... Also, in der Vergangenheit sind sie definitiv da. Also, ich fand, das Kapitel fand ich recht interessant, welche Rolle sie jetzt wirklich in der Zukunft spielen. Das ist irgendwie alles in die zweite Staffel verfrachtet worden. Ähm, ich möchte, bevor wir das ... Also, das ist super schwierig im Detail, aber, ähm, eine Szene, die mich wirklich krass gestört hat, wenn ich mir jetzt nur auf den Ghoul konzentriere, und ich fand das auch mit dem Kindergeburtstag am Anfang, das war die beste Szene, um Fallout einzuleiten. Ob das jetzt mit dem Abhörgerät irgendwie spannend war, das ist jetzt alles eine andere Frage. Aber es ist für mich super weird, wie viele Logiklöcher dann plötzlich entstehen, weil der Ghoul kämpft in Folge 2 gegen Maximus in seinem Anzug. Der ist davon komplett überfordert, bis Maximus halt irgendwo in ein Brett reintritt und handlungsunfähig ist. Und dann kann der Ghoul den halt ausknocken. Er tötet ihn auch nicht, meinetwegen. Jetzt kommt plötzlich im Finale, kämpft der Ghoul gegen vier solche Rüstungen oder gegen sechs solche Rüstungen. Und jetzt plötzlich fällt ihm wieder ein, dass es ja einen Produktionsfehler bei diesen Rüstungen gibt, die er selber getragen hat. Meine Frage, warum? Wusste er das in der zweiten Folge noch nicht? Wahrscheinlich, ja. Ja, keine Ahnung. Siehst du, ich gucke das mit so einer Brille und ich kann das nicht übersehen. Und ich denke mir immer, dafür, dass ihr das eigentlich so gut ineinander shiftet, warum gebt ihr euch dann am Ende so wenig Mühe? Das ist leider ... Also, ich glaube, diese achte Folge ist nur deswegen so schwer, weil es davor so gut war eigentlich. Ich finde, den ganzen Kampf, den du angesprochen hast in Philly, fand ich sehr wack. Fand ich schon bei der Präsentation, als ich die ersten beiden Folgen gesehen habe, wack. Der war für mich insgesamt irgendwie ein bisschen weird. Das war für mich so ein bisschen der Tiefpunkt der ersten beiden Folgen. Es wirkt ja eher so, als hätte der Ghoul so ein bisschen Spaß in dem Kampf. Ich glaube, der nimmt seinen Gegner auch gar nicht wirklich ernst an der Stelle. Aber es passt trotzdem nicht so wirklich zu der Figur, dass er ihn nicht einfach erschießt, so wie er alle anderen erschießt. Das ist wirklich sehr weird. Ja, und dann hat er plötzlich einen Produktionsfehler. Und das ist immer so, Deus Ex Machinas sind nicht geil, wenn sie nicht vorbereitet werden, sondern einfach so aus dem Nichts kommen. Dann ist das für mich nicht befriedigend. Und sorry, ein Ghoul kann es nicht mit vier bis sechs Powerrüstungen aufnehmen. Das ist kompletter Blödsinn. Vielleicht hat er nicht die richtige Munition in Philly dabei. Ja, wer weiß. Nee, und dann müssen wir irgendwie anfangen, es zu reparieren. Und das kriegt die Serie von mir keinesfalls. Das muss sie halt selber können. Ja, aber das ist jetzt wirklich so ein kleines Continuity-Problem. Eines, eines von mehreren. Das ist halt das Problem. Wenn es nur eins gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt. Aber diese ... Ich finde Fallout, das finde ich interessant, dass du das so gesagt hast, diese Serie möchte Antworten auf langgestellte Fragen liefern. Und das Schöne an Fallout war, es waren einfach so viele Fragen und so wenig Antworten. Und ich glaube, die Serie nimmt sich zu viel raus, irgendwie was beantworten zu wollen. Sag du mir Bescheid, wann wir über die achte Folge reden wollen. Denn ... Ja, entscheide du, weil sonst ... Ich finde den Reveal echt ein bisschen krass, muss ich sagen. Nee, können wir gern machen. Also, wegen den beantworteten Fragen, um da gleich mal hinzuleiten. Was ich echt mutig fand, muss ich sagen, ist, dass die ernsthaft versucht haben, oder nicht nur versucht haben, und ernsthaft eine Antwort auf die Frage geliefert haben, wer die erste Bombe geworfen hat, wer für den großen Krieg und die Zerstörung der Welt verantwortlich ist. Oder zumindest der USA und China, soweit wir wissen. Und das war wirklich so eine große offene Frage, wo ich immer gesagt habe, und auch bis vor Serienstart gesagt hätte, hey, das wird Fallout nie beantworten, weil das wäre bescheuert. Weil die Erwartungen da sind so hoch, und die Mythen und Theorien, die sich darum ranken, sind so komplex, das kann man nicht befriedigend beantworten. Und die Serie hat das jetzt versucht und hat eine Antwort geliefert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist okay. Die Antwort ist okay. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist auch tatsächlich eine Theorie, die unter Fans schon sehr weit verbreitet war. Aber das ist eine relativ schlüssige Antwort, die aber trotzdem nicht total langweilig ist. Die finde ich gut. Und das fand ich echt mutig von der Serie, dass die das gemacht haben. Aber sie haben es auch tatsächlich gut hinbekommen. So diese unlösbare Aufgabe, hier eine befriedigende Antwort zu finden, ist denen tatsächlich gelungen. Nämlich, wir sind ja im Spoiler-Part, Vault-Tec war es. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil die schon sehr viel in diese Vaults investiert haben. Und wenn jetzt kein Atomkrieg losgeht, dann hätten die echt ein Problem, weil die ganzen Investitionen für den Arsch gewesen wären. Und zusätzlich ist das ziemlich cool, wenn man seine ganzen Konkurrenten einfach auslöschen kann und in Bunkern aussitzen kann, damit man dann als alleiniger, ja nicht nur als Marktherrscher, sondern als der Markt einfach allein zurückkommt. Und das macht für so eine kapitalistische Firma halt, ist das ein super Plan und ist eine gute Antwort. Also finde ich toll. Die sind halt, aber das finde ich so krass, es ist vielleicht auch ein Klischee von Bösewichten, dass sie irgendwie parodieren, dass sie jetzt so super stumpf dumm sind. Also auch vor allem, weil der Plan ja überhaupt nicht irgendwie in der Weise aufgegangen sind, weil die können halt mit dem Planeten auch nicht mehr arbeiten, wenn er komplett kaputt ist. Und ja, wir haben das Argument Zeit auf unserer Seite, weiß ich nicht, wie viel Zeit ihr denn mitbringen wollt. Das große Problem ist, und wenn wir das nämlich ... Also ich finde auch zum Beispiel, ein Film wie Shutter Island funktioniert perfekt. Man versteht den Anfang nicht und am Ende löst sich alles auf wie ein Puzzle, bla, bla, bla. Das Problem ist bei Fallout, die halten die Antworten so lange zurück, weil sie eigentlich extrem trivial sind. Ehrlich, Medova hätte diesen Vater gar nicht entführen müssen, wenn es nur darum gegangen wäre, dass er ihr einen Code geben soll. Und wenn er seine Tochter, wenn sie seine Tochter quasi bedroht, damit er den Code rausrückt, was letztendlich auch funktioniert, wenn sie ihn einfach auf ihn einredet, damit er den Code gibt, wenn das sowieso funktioniert, warum hat Medova nicht da schon den Code gebraucht, weil die braucht den Vater gar nicht zu entführen. Das ist ein großer, großer, großer Logikfehler. Und wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, die Frau von Hank ist halt abgehauen. Und weil der gehört hat, dass sie in Shady Sands war, muss der eine gesamte Stadt wegbomben, vor allem vor dem Hintergrund. Wo hat er die Nuklearwaffen dafür? Auch das sind alles so super offene Sachen und das lässt mich super unbefriedigt zurück. Ja, das sind alles so Sachen, die man in der Extended Lore durchaus beantworten kann, aber die halt in der Serie überhaupt nicht besprochen werden. Also gut, das stimmt nicht ganz. Ich habe das auch so verstanden, dass Shady Sands und die NCA deswegen weg muss, aus der Sicht von Vault-Tec, weil da hat sich eine unvorhergesehene Konkurrenz gebildet. Wie sollen die denn eine neue Welt aufbauen, wenn die schon in eine neue Welt reinkommen, wo schon ein großer Competitor, eine große Konkurrenz schon alles quasi für sich beansprucht hat? Aber warum unterwandern die denn nicht? Also das ist auch so, dafür, dass das so gesellschaftlich an sich komplex ist, hat diese böse Vault-Tec immer sehr einfache Antworten. Also die sind wie die dämlichste KI überhaupt, anstatt wo ich mir denke, wenn die da schon was aufgebaut haben, dann reiße ich das doch einfach an mich, ich muss es doch nicht zerstören. Aber auch in dieser Szene ist es so weird, das hat natürlich wahrscheinlich komplexere Gründe, aber es liest sich in dem Moment so, ja, deine Mutter war in Shady Sands und das hat Hank nicht besonders gefallen. Also hat Hank Shady Sands weggebombt. Und ich dachte mir so, oh, ist das ein Kindergarten gerade. Ja, und das mit der Atombombe, ich meine, in Fallout 76 geht es in der Haupthandlung nur darum, dass mehrere Atombombensilos für Vault-Tec gesichert werden sollen. Also das ist durchaus plausibel. Die haben auch eng mit der Regierung und mit Waffenfirmen wie Vault-Tec zusammengearbeitet. Warum sollten die nicht Atombomben haben? Also das, warum nicht, klar. Ja gut, aber wie gesagt, Serienschauer, also die Serien muss auch ohne die Lore funktionieren. Also beziehungsweise sie darf die Lore ja aufnehmen, sie darf nicht durch die Lore repariert werden, wenn sie selber keine Antworten liefert. Und es passiert halt eigentlich alles so viel. Die Mutter wird revealed, plötzlich kann der Ghoul Power-Rüstungen kaputt schießen. Und Bedover hätte, wie gesagt, den Code auch einfach so holen können, die hätte den nicht entführen müssen. Das ist natürlich ein viel geilerer Schauplatz. Zumal diese Schlacht halt super, also episch anfängt, aber sich dann auch irgendwie superschnell dann plötzlich vorbei ist. Medover auch noch stirbt. Und dann plötzlich diese kalte Fusion eine gesamte Stadt erstrahlen lässt, in der keine einzige Lampe mehr funktioniert. Wie geht das? Ja, über die Szene am Schluss habe ich auch viel nachgedacht. Weil die wirft ja dann ihren Generator an und dann sieht man, wie nach und nach über die ganzen Ruinen von L.A. das Licht wieder angeht. Und da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten, die durchaus Sinn machen. Weil erstens sind wir eben in der Fallout-Welt und wenn wir aus dem Fallout-Spiel 1 wissen, dann, dass die Technik aus der Vorkriegswelt wirklich unkaputtbar ist. Alle Terminals, alle Glühbirnen, alles funktioniert noch, einwandfrei. Also warum nicht auch so eine Verkabelung, wobei das schon unwahrscheinlich ist, gerade für so ein großes Gebiet. Aber man darf nicht vergessen, dass das alles NCR-Gebiet war. Es ist also wirklich ziemlich plausibel, dass das eben durch NCR neu gebaute Leitungen alles miteinander vernetzt war. Es gab nur keine Energiequelle mehr. Weil eben der Hoover-Damm, wie wir ... Also das geht jetzt alles super deep in die Lore, aber die Serie impliziert auch ... Ja, aber du reparierst es halt über die Lore. Aber ich finde, so in der Serie wird das in den letzten 15 Minuten einfach so ... In der Serie wird es einfach so gezeigt, genau. Aber man muss eben ... In der Lore macht das durchaus Sinn oder lässt sich das gut erklären. Aber ja. Vor allem in der Serie ist da nichts drin. Ich finde aber auch ... Also ich finde das alles nicht so schlimm wie du, aber ich würde dir voll zustimmen, dass ich auch der Meinung bin, die achte Folge hätten echt zwei Folgen sein dürfen, damit man sich eben ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, das zu erklären. Weißt du, es gibt so Punkte, wo man auch jetzt deine Kritikpunkte durchaus ein bisschen plausibler erklären kann. Weil warum nimmt sie den Vault-Aufseher mit, der den Code hat? Und warum holt sie sich nicht einfach den Code? Ja, ja, ja. Sie hat den Power-Device für das Kraftwerk noch nicht und sie kann sich nicht sicher sein, dass der ihr nicht einfach irgendein Bullshit erzählt. Dass sie ihn mitnimmt macht Sinn. Aber du hast schon recht, warum nimmt sie nicht auch die Tochter mit, weil dann hat sie noch ein Druckmittel? Aber weißt du, das ist für mich alles so ein bisschen nitpicky. Das sind so Kleinigkeiten. Das finde ich jetzt alles nicht dramatisch. Ich kann die Person dann aber nicht ernst nehmen, wenn die Figuren anscheinend nicht einen Schritt weiter denken können. Vor allem, wenn dann quasi es eigentlich nur nach hinten gezogen worden ist, damit es einem am Ende revealed wird, während es, wenn man es von vornherein weiß, eigentlich keinen Sinn ergibt. Und jetzt ist es halt auch so, wir wissen, dass der Ghoul am Anfang von diesem Kindergeburtstag mit seiner Tochter weggeritten ist und dass die voll von dieser Katastrophe erwischt worden sind. Irgendwie sind alle Figuren jetzt 200 Jahre im Kälteschlaf gewesen. Selbst Medova war anscheinend 200 Jahre im Kälteschlaf. Hank war 200 Jahre im Kälteschlaf. Der Ghoul war vielleicht nicht im Kälteschlaf. Aber die Tochter hat auch quasi die Atombombe überlebt. Plus, der Ghoul revealed endlich, worum es bei ihm geht. Nämlich, er wollte auf jeden Fall auf Hank treffen, damit er ihm sagt, wo seine Familie ist. Was? Ja. Was? Es ist alles so viel auf einmal. Es ist ... Oh Gott. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Tochter hat die Atombombe überlebt. Das sind halt auch so ... Die haben versucht, am Ende Antworten zu liefern, indem sie einfach neue Fragen aufmachen. Und jetzt sehen wir plötzlich New Vegas. Und das hat für mich einen absoluten Fanservice-Vibe. Weil ich mir denke, nur weil ich diese Stadt sehe, beantwortet mir das gar nichts. Vor allem, Hank hat doch Atombaffen. Wozu muss der jetzt nach New Vegas gehen? Vielleicht hat er nur eine, wer weiß. Ja, das ist halt alles ... Man kann es nicht durch Lücken beantworten, wenn die achte Folge eigentlich so viel beantworten möchte. Ja, wie gesagt, da geht für mich auch alles ein bisschen zu schnell. Da hätte man sich mehr Zeit lassen dürfen. Das finde ich auch. Aber ich finde, davor habe ich eigentlich keine Kritikpunkte damit, die Buchhastzeit der vierten Folge. Das war schon in Ordnung. Aber ein bisschen gerusht hat es auf mich auch gewirkt. Aber ehrlich gesagt, nicht schlimm. Aber ja, das geht am Ende schon alles sehr schnell. Auch wenn dann die Bruderschaft plötzlich kommt und dann ist die große Endschlacht auf diesem Turm um den Generator. Und das ist alles ein bisschen, ja, plötzlich und schnell. Vor allem sie ist zu Ende, weil der Ghul halt acht Leute erschießt. Und dann ist die Schlacht zu Ende. Und dann ist halt Maximus ohnmächtig. Und dann kommen plötzlich alle Ritter wieder rein. Sorry, es ist nur ein Gebäude. Wo waren die jetzt die gesamte Zeit gewesen? Plus, wir nehmen es halt einfach so hin. Aber haltet euch fest, ein Enklave-Wissenschaftler flieht. Eine Dwellerin verliert ihre Vault. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo mit dem Lagerfeuer sitzt und dass sie sich genau da begegnen? Also manchmal habe ich das Gefühl, diese Map ist ultraklein. Wie oft die sich halt überall und alles begegnen. Ich finde die Charaktere cool. Ich mag den Ghul, auch wenn er manchmal ein bisschen zu drüber ist. Aber dass das nicht auf so einer befriedigenden Note enden muss und dass ich wirklich mit so einem New-Vegas-Fanservice entlassen werde, das finde ich doch schon ... Oh! Das finde ich ... Aber dafür, dass sie so gut war, finde ich das halt super hart, warum sie sich da nicht noch mehr Zeit genommen haben. Also warum? Ja, nö, ich finde das alles in Ordnung. Aber es war halt auch, weißt du, ich glaube, wir haben ja beide schon gesagt, dass die Serie sowohl für Vorlauffans als auch Nichtfans funktioniert. Und da stimme ich auch zu. Aber ich glaube, die Serie wird auch eben wirklich sehr viel von Fanservice und von so Anspielungen auf Lore getragen, gerade hinten raus. Und ich glaube, da unterscheidet es sich vielleicht doch noch mal ein bisschen. Weil, ne, gerade auch, dass die Serie impliziert, dass wahrscheinlich House in New Vegas gewonnen hat. Oder da Yes Man. Aber das würde ich mal ausschließen. Also wahrscheinlich ist das Ende Kanon. Wir wissen jetzt wahrscheinlich, wie Fallout New Vegas ausgegangen ist. Wir wissen, dass in Fallout 4 die Stelle eine Bruderschaft offensichtlich vom Kanon her gewonnen hat und das Institut ausgelöscht ist und, und, und. Das ist so viel, was da immer wieder teilweise Nebensätzen erklärt wird, wo man einfach davor sitzt und denkt sich, holy shit, what? Und ich glaube, da steckt noch mal eine ganz andere Begeisterung bis zum Schluss drin. Und dann guckt man wahrscheinlich auch viel leichter über so Kleinigkeiten hinweg, wie das irgendwie Pläne vielleicht nicht so ganz durchdacht sind, wenn man mal drüber nachdenkt. Da ist die Frage, ob du es hinzufügst, ob es passt oder ob es beabsichtigt ist. Weil das würde ich in Frage stellen, beziehungsweise nicht final beantworten können. Aber mit der Art und Weise, wie sie ihre Serie beendet haben, bin ich ehrlich gesagt gerade nicht auf die zweite gespannt. Weil diese Lieblosigkeit, dieses Gerusche, damit können die gerne wieder aufhören. Und deswegen bin ich auch gespannt, vor allem, wenn sie jetzt so nah am Kanon wieder dran sind, was jetzt New Vegas angeht. Philly kam ja in den Spielen, korrigiere mich, kam Philly jemals vor in den Spielen? Nee, nee, nee. Philly ist ein neuer Ort und witzigerweise sieht der auch noch genauso aus wie Megaton aus Fallout 3, was super verwirrend ist. Aber okay. Ja, nee, aber das ist ein neuer Ort. Nee, genau. Ich bin gespannt. Also nee, eigentlich nicht. Also das finde ich so krass, warum sie mit dieser gleichen Leichtigkeit, Leidenschaft, also du kannst das natürlich jetzt mit der Lore zusammenstecken, der sie noch nicht widersprochen haben. Ich frage mich nur, also mit der Dings dürfen sie nicht mit der zweiten Staffel anfangen. Und dann graut mir schon wieder vom Ende von der zweiten Staffel, wenn sie wieder das Gleiche haben. Das ist, für eine Verfilmung ist das ein super komplexes Universum. Und da wäre, glaube ich, manchmal weniger mehr gewesen. Ja, nee, also ich bin eigentlich durch die Bank recht zufrieden mit der Serie. Ich habe nur wenig Kritikpunkte, die betreffen tatsächlich vor allem eher die Lore, weil es gibt ein paar Stellen, die ein bisschen problematisch sind. Zum Beispiel, dass die Vault von Lucy mitten im Boneyard sein müsste, aber irgendwie ist da keine Bevölkerung um sie rum, wenn sie rauskommt. Das ist weird. Ich glaube, die haben Shady Sands ein bisschen verrutscht. Das ist irgendwie auch weird, die Position von Shady Sands. Und dass Ghoule jetzt irgendeinen kleinen Cocktail haben, der verhindert, dass sie wild werden. Ich meine, es spielt nach allen anderen Teilen. Ist vielleicht eine neue Erfindung, kann schon sein. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, so, na, weiß ich jetzt aber nicht, ob das noch irgendwie jetzt hier so gut passt. Aber alles in allem, das Große und Ganze, ist wirklich gut. Und da kann ich auch über so kleine Probleme hinwegschauen. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Oh, das muss ich ja schon summieren. Aber ja, ich finde es interessant, mit welchen unterschiedlichen Perspektiven wir da rangehen. Das ist für eine ... Also, sie liefert definitiv Gesprächsstoff. Die ist kein ... Also, das Schlimmste, was ich glaube, wenn irgendwas auf dem Lieferband nach draußen kommt, sei es ein Spielfilm oder was auch immer, ist, wenn das so ein Na-Gefühl hat. Und das Schöne ist, das hat definitiv nicht das ... Ich finde es nur komisch, dass sie halt ab der zweiten Hälfte einen ganz anderen Stil einnimmt. Bin gesp ... Ich bin in Anführungszeichen gespannt auf die zweite Staffel. Die sollte man sich als Videospielserie schon ansehen. Es ist halt nur die Frage, mit welcher Perspektive man da rangeht. Ich finde es interessant, was es dir für die Lore mitbringt. Ich muss sagen, serientechnisch hätte die Qualität an vielen Stellen auch besser sein können. Vor allem, weil sie zeigt, dass sie es eigentlich kann. Deswegen keine Ahnung. Ja, Fallout New Vegas, Baby. In Staffel 2. Ja, bin gespannt. Ich meine, es gibt ja diese Szene, wo quasi Vault-Tec die Vertreter der anderen großen Firmen einlädt. Und dann ist da Mr. House. Und eben auch der Vertreter vom Big MT, der ja auch hier in Old World Blues quasi ... Also, da spielt ja ein Big MT und das ist mein absoluter Lieblings-Deal-C überhaupt. Und der ist ja auch derjenige, der Sierra Madre gebaut hat. Allein die Vorstellung, dass die zweite Staffel vielleicht in diese Gebiete gehen könnte und vielleicht diesen Content zeigen könnte und dass vielleicht eine eigene Sub-Story vorkommt, wo Lucy ihr Gehirn entfernt bekommt und dann muss sie suchen. Das wäre großartig. Allein dafür bin ich hier, wenn ich den Toaster und Leuchtdiode Johnson wieder sehe, dann bin ich happy. Mehr brauche ich von der zweiten Staffel gar nicht. Also, ich bin gehypt und gespannt. Ich bin gespannt, ob sie dich begeistert oder ob sie dir lore-technisch wehtun. Ich auch. Ich auch. Wahrscheinlich kommt dann sowas wie, ja, und der Toaster ist dann gleich nach dem DLC gestorben, weil den Charakter mögen wir nicht. Den haben wir ganz offscreen gekillt, der war scheiße. Und wahrscheinlich alles, was ich gut finde, wird einfach genauso wie Shady Sands so, naja, das gibt's schon lang nicht mehr. Na, schauen wir mal. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Ganze auf YouTube zu liken und zu abonnieren. Und in den Podcast-Apps und auf Spotify freuen wir uns über eine positive Rezession. Wenn ihr noch mehr Fallout-Content von uns hören wollt, dann schaut auf Steady vorbei. Wir haben nämlich gerade Fallout-Themen-Woche und nicht nur frei verfügbar hier auf dem Kanal und im Podcast, sondern auch hinter der Paywall auf Steady gibt's super viel Fallout-Content. Da starten wir jetzt auch eine sehr coole Reihe, aber die erste Folge davon kommt erst noch. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Krieg bleibt immer gleich, Leute. Ciao. Und Kuchen auch.